Hallo und hier sind wir wieder bei Gustus, Ines seiner Herrenhaus in der dritten Ära. Und das letzte Mal hat er ja hier unten auf uns gewartet, das tut er diesmal nicht. Gut, dann werden wir sehen, wo er sich dann versteckt hält. Ist da oben wirklich nichts? Irgendwann muss da doch mal oben was sein. Runter will ich, runter. Gut, das ist schnell runter. Na, 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 na. Der Auslöser, da ich das hier nochmal gespielt habe, wir können mal speichern. War ja übrigens, ich hab's bestimmt schon mal erzählt, in welcher Folge sind wir jetzt 16 oder so, ne? Ja, 16 sind wir schon. Ja, wie gesagt, der Auslöser war, dass ich mal den Soundtrack gehört habe von Hype und das hat mich so an dieses Spiel erinnert. Dann musste ich es einfach nochmal probieren, ob ich das nicht spielen kann. Da ist er, mit seinem freundlichen Bart. Auch lustig, er hat anscheinend ein eigenes Banner, also er scheint richtig mächtig zu sein. Man sieht hier dieses, dieses grüne Muster, was auch auf seiner, seinem Rock zu sehen ist, wie auch immer. Gut, wir sprechen jetzt einfach mal an. Ach, halt, mein Freund. Ich habe im Lehrbuch der Zeit eine Entdeckung gemacht. Es existiert eine verlorene Stadt außerhalb des Tempels. Man gelangt dort über ein merkwürdiges Dolmen, ein keltisches Steindenkmal hinein. In dieser Stadt soll Taskan II. deine Rüstung gefunden haben. Hör dir diese Stelle im Buch genau an. Hies ist auch die Stadt der Tugendhaften. Das steht vielleicht im Zusammenhang mit dem Juwene der Tugend, das du suchst, aber... Aber ich weiß nicht, wo dieses keltische Steindenkmal zu finden ist. Ich weiß nur, dass die Räuber es für dich im Wald suchen. Viel Glück! Zumindest diesen letzten Punkt wussten wir ja auch schon. Er scheint leider langsam allmählich zu Ende zu gehen mit unserem guten Freund. Über mehrere hundert Jahre wahrscheinlich. Oh, verkehrt ist ja... Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Jahre das so mit den einzelnen Epochen sind. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie viele es insgesamt waren. Aber es waren auf jeden Fall, glaube ich, 200 oder auf jeden Fall mehrere hundert. Und selbst wenn die Zeitsprünge immer größer werden, also immer ein kleiner Schritt, dann größerer Schritt, dann noch größerer Schritt, selbst dann hat er ja ganz schön was auf dem Buckel. Und er wurde ja nicht geboren, als wir das erste Mal kamen, da war er ja auch schon wieder. Nehmen wir mal kurz die Schwachen. So, komme ich gerade nicht. Und, 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 zack. Schon einer mehr. Jetzt nehmen wir wieder die... Darken. Greifen die mich hier gar nicht an? Geben wir ihnen auch mal eine Chance. Piu. Uiuiui, hier. Geld. Und Kräuter. Doch. So, mal schauen, ob hier noch jemand ist, der erschossen werden will. Hm. Das schaute nicht so aus. Ich auch sehr lustig fand, war, dass man... Also, auf Spielen, so, wenn man die als DVD kauft, da sind ja auch Bildchen drauf. Wenn man sich auf der Schachtel, die ich da habe, mal die Bildchen ganz genau anguckt, dann sieht man, dass man die meisten gar nicht... Dass es die meisten im Spiel gar nicht so gibt. Das fand ich auch mal sehr interessant. Das kümmert euch wahrscheinlich gar nicht, aber das ist mir gerade egal. So, schauen wir mal. Ah, die greifen mich ja gar nicht an. Und ihnen ist tatsächlich der Durchbruch gelangt. Ganz schön weit, der Durchbruch. Hallo. Ah, Hype, ich bin glücklich, dich zu sehen. Sehr glücklich. Meine Mutter hatte recht. Du bist... Wir haben endlich das gefunden, was auf dem alten Plan von Tascan II. eingezeichnet war. Es ist ein keltisches Steindenkmal. Sei aber vorsichtig. Es ist merkwürdig. Wenn man sich ihm nähert, verstummen die Tiere. Hype, ich... Viel Erfolg. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, die steht auf uns. Und oben mal Spaschen. Spaschen. Da, 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 da. Ja, Spaschen. Ja, wir sind immer noch in der 14. Folge. Zack. Und da ist auf jeden Fall noch ein... Bum, da, dum, da, dum. Tchoo. Hm, kommt schon. Pio. Acht von zehn. Und tatsächlich. Die Tiere sind stumm. Ganz stumm. So, was haben wir denn hier? Ähm... Zeichen. Die zufälligerweise genau auf einen Stein hinzeigen. Bis auf hier. Das Kleeblatt. Was mich auch ein wenig verwundert. Angeblich hat ja Tasca an der Zweite hier meine Rüstung gefunden. Das heißt, er muss hier hineingekommen sein. Die Frage ist, warum war das dann verschüttet? Hier stimmt das schon. Da sind noch keine Knöpfe drin. Die Tazze. Und ich weiß auch gar nicht, wann er das gefunden hat, vielleicht hat er das danach auch gesprengt oder sowas. Aber wenn er das wusste, er muss ja hier durch auch sein. Warum hat er den Räubern dann nicht ganz konkrete Hinweise gegeben? Und warum mussten sie so lange suchen? Fragen über Fragen, meine Freunde. Fragen über Fragen. Und wir suchen den Schmetterling. Da ist er. Oder war der Schmetterling? Ja. Der Frog und das Blatt. Ah, ja, 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 ja. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. Piu, ein Portal. Hops. Weiß, immer ein weißer Bildschirm. Oh mein Gott, weiß, nicht schwarz. Weiß. Aber auch ziemlich lange. Hm. Hm, hm, hm. Und hier können wir jetzt nochmal speichern. Das sieht mir ziemlich gefährlich aus. Ja. Die ist aber nicht schön. Was ich mich frage, ist auch, wer dieses wunderschöne Städtchen hier erbaut hat. Noch jemand? Nope. Das sind eigentlich für Zeichen. Ein goldenes Einhorn auf lehler Grund. Und hier sieht man so ganz knapp im Licht. Durchsichtige Plattformen. Da ist noch eine. Hui. Hui. Hat der eine jetzt den anderen tot gehauen? Scheint fast so. Hm. Scheint ein bisschen zu laggen hier. Au. Au. Oh, und in der Mitte kommt hier noch so ein fettes Teil hier. Jui, jui, jui. Woh. Wah. Woh, wah, 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 wah. Woh. Hm. Woh. Hm. Hier kam jetzt gar kein Schuss raus. Au! Und da ist wer... Ein lila Trank. Ein lila Trank. Oh mein Gott. 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 Entschuldigt, Leute. Bevor wir jetzt hier reingehen, muss ich mal ein kurzes Päuschen machen. Hasta luego, mis amigos. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Hype the Time Quest. Immer noch in derselben Folge, nachdem ich meine Aufnahmen unerwartet pausieren musste. Und nicht nur das. Nein, danach ist mir auch noch das Spiel perfekt abgestürzt. So liebe ich mir das. Deswegen habe ich jetzt noch einmal kurz bis zu diesem Punkt hier in der verlorenen Stadt gespielt. Offscreen, damit ihr das nicht doppelt seht. Und jetzt gehen wir aber zu unserem Freund Zatila hinein. Na du, wie kommst du denn hierher? Ja, Hype. Ich bin's, Zatila. Du siehst mich hier in meiner Eigenschaft als göttliches Tier. Ich bin der Hüter des Juwelensaales. Wir befinden uns in der letzten göttlichen Bastion. Die Götter haben nicht das Recht, sich in die Dinge der Menschen einzumischen. Sie haben deshalb diesen Ort außerhalb von Zeit und Raum geschaffen. Und Taskan II. hat dich bis hierher geleitet, dank eines Plans, den er den Räubern gegeben hat. Du bist also von einem Menschen geleitet worden und nicht von einem Gott. Ach, wenn's weiter nichts ist. Das ist unser schlimmster Feind hier. Unser Ebenbild. Mit einer schwarzen Rüstung. Was du kannst, kann ich schon lange, du. Aua. Nehm, nein, nein. Nehm mal ganz kurz hier, ein Crankchen. Und noch eins. Ja! Sieg! Sieg! Ja! Ja! Meine Arbeit ist getan. Nur ein perfekter Ritter kann deine Rüstung, das königliche Juwel, das Juwel der Menschen und das Juwel der Tugend besitzen. Und er allein kann das Königreich befreien. Ich wusste, dass nur du als der vollkommene Ritter hier eines Tages mit dem letzten Juwel herausgehen konntest. Ich durfte nicht mehr sagen. Du musstest ganz allein deinen Wert beweisen. Aber jetzt kann ich reden. Der schwarze Ritter heißt Barnak. Er ist ein Gott, der aus unserem Reich verbannt wurde. Er will jetzt sein eigenes Reich in deiner Welt errichten. Schnell, Hype! Du musst dein Volk retten. Und Viola, deine Verlobte, deine Liebe. Steig auf meinen Rücken und lass uns das Juwel mit der Himmelsenergie aufladen. Jetzt besitzt du das Juwel der Tugend. Aber ganz ehrlich, unser schlimmster Gegner ist doch nicht die Untugend, sondern der schwarze Ritter, oder? Hoch geht's. Anscheinend ist Zatila mächtiger als wir dachten. Denn er kann uns hier wieder aus dieser verlorenen Stadt herausbringen. Da haben wir aber Glück, sonst wären wir da jetzt echt gefangen gewesen, ne? Und da ist schon die Himmelsmusik. Jetzt ist auch der Bildschirm da. Es ist viel schwieriger, tugendhaft zu sein als schlecht. Das Juwel der Tugend verlangt 60 Energieprismen zum völligen Aufladen. Jo. So, ich hab auch festgestellt, wir haben das letzte Mal falsch gespeichert. Wir müssen das hier drüber speichern und so. Zack. Gut, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich werde jetzt trotzdem diesen Part hier beenden und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Hype the Time Quest. Seid auch wieder dabei. Ciao! Ciao! Ciao!